Ja, okay, 20 reichen auch. Ein Glück, dass wir inzwischen echt einen schnellen Cubblestone-Generator haben, sonst würde das echt viel zu lange dauern hier. Das dauert mir jetzt schon viel zu lange. Und bald haben wir auch überzüchtetes Chicken. Hey, ich freue mich so. Da haben wir KFC auf dem Skyblock. Wie cool ist das denn? So, komm her. Dankeschön. Schnell was essen und zurück geht's. So. Da drüben haben wir auch schilffertig gewachsen. Da werde ich mich jetzt davor noch drum kümmern. Eigentlich hätten wir das ja auf Sand setzen müssen. Das wäre besser gewesen. Na, was soll's. Aber ja, nehmen wir dich mit. Haben wir gleich zwei Samen. Weiß zwar nicht, was wir damit machen, aber haben wir zwei Samen. Ich muss mich nämlich kurz um meine Hühnchen da hinten kümmern. Schwein geht er weg. Wer hier rausläuft, stirbt. Sag dich. Danke. Boah, das ist so edel. Hey, was wir hier an Schilf bekommen. Wie viel haben wir denn? Zehn. Na gut. Ein Ei. Nehme ich gerne mit. Sogar drei Eier. Voll der Größe ist hier wieder. Hauen wir alle auf den Boden. Komm. Ach man. So. Und wieder raus. Da hinten müsste ich jetzt theoretisch eigentlich abbauen, aber ich will jetzt meine Spitzhacke gerade für andere Sachen behalten. Dann, 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 dann. Wir brauchen nochmal sechs von denen hier. Genau. Und dann brauchen wir unsere... Okay, jetzt haben wir alles. Hoffe ich einfach mal. Ich werde wieder was vergessen haben. Mann, 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 Mann. Aber unsere Zombiefläche, die wird cool. Die wird so ein bisschen in die Höhe gebaut, damit man sie wenigstens sieht. Aber ich glaube, sie wird cool aussehen, wenn sie fertig ist. Jetzt haben wir auch inzwischen ein Skeletter drüben. Das gefällt mir gar nicht. Ja, komm, wir hauen die nochmal weg hier. Lässt sich ja Gott sei Dank alles ganz gut weghauen. Die zwei können wir stehen lassen. Uiuiui. Da waren wir gerade nah am Abgrund. Und so. Den hier weg. Die Außen kann ich tatsächlich stehen lassen, weil ich da nachher so weiterbauen werde. Aber die Inneren hier, die momentan an das Ding angrenzen, die müssen definitiv weg. So, so, so. So, so. Also die zwei kann ich auch stehen lassen. Die sind klar. Und jetzt gucken wir mal, was besser aussieht. Wo ist meine Axt? Hier ist meine Axt. Und zwar, wenn die hier an der Seite weg sind oder wenn sie da sind. Also ich würde auf jeden Fall eine Menge Holz sparen, wenn ich die an der Seite jeweils weg machen würde. Also etwa so. So eine Frage, was besser aussieht. Ach so, das geht eigentlich auch, finde ich. Doch, das kann man so lassen. Obwohl es natürlich schon so den Eindruck mehr von einem Trichter macht, wenn... Alter, was der für einen Helm hat. Der ist voll selten, der Helm. Aber ich kriege den, glaube ich, nicht von ihm, ohne dabei drauf zu gehen. Hm, die Wahrscheinlichkeit, dass er den Helm droppt, ist gleich null. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Helm irgendwann nochmal brauche, ist noch geringer. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie wir... Ob wir hier die seitlich so hinsetzen. Hm, ach komm, wir machen es einfach. Scheiß auf das Holz. Es sieht irgendwie doch ein kleines bisschen besser aus, finde ich. Okay. Jetzt müssen wir natürlich hier so bauen, dass es nicht die ganze Zeit hier aneckt. Da habe ich jetzt extra nochmal Stein mitgenommen. Da müssen wir einfach alles ein bisschen größer ziehen. Also zum Beispiel... Hier so. Und hier können wir jetzt nicht nach innen, also müssen wir hier nochmal nach außen. Zack. Hat jetzt ein bisschen so einen Viereck-Charakter, finde ich jetzt hier schon, weil man jetzt hier direkt einmal außen rumlaufen kann. Aber ich werde es auch so bauen, dass es genau aufgeht, denke ich. Da. Über nichts. Ich muss es echt, ich muss es echt fast viereckig bauen hier. So. Und hier ist es genau das Zellprinzip. Hätte ich die Insel auch gleich größer bauen können, finde ich. Genau so. Also letztlich ist das jetzt hier wieder ein Viereck geworden, aber es ist wenigstens ein unübersichtliches Viereck, sage ich mal. Und lass mich raten, mir reicht genau ein Kabelstone nicht. Natürlich, wie immer. So. Gucken wir es mal an. Haja, das sieht auch ganz okay aus, finde ich. Nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ganz okay. Jetzt müssen wir uns was überlegen, wie wir hier noch hochbauen. Weil das ist mir momentan... Die Treppe ist mir momentan hier noch ein bisschen... Das heißt, die können wir eigentlich nicht so lassen, weißt du? Das ist harmlos. Wer hier runterfällt, das ist gerade selber schuld. Gut, dann können wir nämlich hier noch den einen Stein reinsetzen. Das wäre echt wieder... Das mangelt wieder an diesem einen verkackten Stein, weißt du? Das wäre ja typisch. Ich finde das lustig, dass inzwischen Zombies und so Getier Sachen aufnehmen können. Da müssen wir noch abbauen. Können wir gerade unsere Spitzhacke kaputt kloppen da hinten. Das ist irgendwie das Hatsstil, dass sie so Sachen aufnehmen und tragen können und so. Schmeißt ihnen ein Item-Auer hin, erheben sie auf und rennen damit rum und so. Das ist cool, finde ich. Das hat was. Ja, wie viele Steine brauchen wir? Komm, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen Cobblestone-Abbau-Steinfarm-Faul. Like Bows. Weil, na, ich finde das ein bisschen unnötig gerade. So zwar nicht reichen, aber was soll's. Das sieht doch cool aus, oder? Weil wir wollen auch machen, genau, ein Cobblestone da reinsetzen. Kommt schon. Da können wir nämlich hier an die Ecken welche hin und hier hinten an die Ecken welche hin. Und dann sieht das sicher ganz lustig aus. Wieso kannst du eigentlich, wieso brennst du nicht? Brenne. Heul nicht, sondern brenne. Du musst brennen, Alter. Die Sonne ist... Wo ist eigentlich die Sonne? Ach, die trifft ihn wahrscheinlich noch nicht. Die ist erst da hinten. Ah, das interessiert mich jetzt. Hm, hm, hm. Aber an sich finde... Doch, das passt jetzt. Das passt jetzt. Jetzt müssen wir uns als nächstes Gedanken um Leitern machen. Warum brennt der nicht? Weil er einen Helm auf hat. Das glaube ich doch wohl kaum. Hm, wir werden ihn gleich nochmal angucken. Ich merke auch gerade, dass der Mongo Baum hier voll ausschlägt. Hm, hm. Bevor ich jetzt irgendwas mache, benutze ich schnell meine Spitzhacke hier, um mit dem Tree-Cabitator sie kaputt zu machen. Weil, Alter, was dahinter schon wieder gewachsen ist, ist unschön, hey. Cool. Der baut, wenn die Spitzhacke es nicht mehr hält, nur so viel ab, wie die Spitzhacke noch hält. Hat das vielleicht nicht so den erste Sinn gemacht, aber finde ich ziemlich krass. Viel zu gut programmiert, Mann. Ich dachte, ich kann es überlisten. Wer programmiert denn so sauber in Minecraft? Sauerei. Aber natürlich keine Cobblestone, aber klar. Ich wollte doch eigentlich mal diese Spitz... Ach, darüber haben wir doch welchen. Wir müssen vor allem mal... Und dafür werde ich jetzt diesen ganzen Stackholz... Ne, ich werde mir... Ich werde dieses Holz hier hernehmen und hier raus neues Holz produzieren und das komplett in die hier umwandeln. Und die dann komplett in Leitern, weil wir brauchen die Leitern. Hm, ja, 24 reichen für den Anfang, denke ich. Weil dann kann ich nämlich aus dem Rest... Komm her, Holz. Dankeschön, wir eine neue Spitzhacke craften. Spitzhacke ist das falsche Wort. Steinachs natürlich. Da passt das deutsche Wort wieder. Es ist wirklich eine Steinachs. Nicht so wie beim klebrigen Kolben oder wie bei der Eisenbeinschiene. Eingedeutscht auf Hell. Zack. Und endlich ist hier wieder Platz. Wunderbar, wunderbar. An diesen einen Sätzling da hinten kommen wir wohl nicht ran. Na doch, kommen wir sogar. Und hier müssen wir irgendwie ein bisschen nachpflanzen, genau. Ein Glück, du, dass ich hier inzwischen mit den Kakteen arbeite. Das macht mir alles sehr viel einfacher, weil die nicht einfach so weggeschoben werden. Und das ist wirklich eines der Sachen, die mich am Anfang echt angepisst haben. Okay, wie machst du weiter? Wie machst du weiter mit Leitern, genau. Wir müssen uns jetzt so ein bisschen überlegen, wie weit wir da hochbauen wollen an der Seite. Und ich muss mir überlegen, was ich als nächstes trinke, wenn das Glas leer ist. Ja, ja, seit einiger Zeit seht ihr mich immer in den Aufnahmen dringend. Das ist aber überhaupt kein Zufall. Das mache ich sogar absichtlich, weil es ist da vielleicht höchst geldvoll unprofessionell geworden. Ne, es ist eigentlich, es ist sogar gut, wenn ich das mache. Weil das, das sorgt letztlich einfach nur für bessere Qualität, weil ich eine bessere, ausgeruhtere Stimme dadurch habe und länger am Stück aufnehmen kann. Und das kommt am Schluss nur euch zugute. Also von wegen unprofessionell, das hat schon alles so seinen Sinn. Ich werde jetzt hier eine Sicherheitstür einbauen. Weil ich weiß, dass ich mich hier eh wieder irgendwann mal runterplumpsen lasse. Und ich will dann nicht unbedingt jetzt direkt sterben. So, noch ein bisschen. Ich denke mal, ich kann mal ein bisschen gucken, wie hoch eigentlich. Können wir immer in Zweierschritten arbeiten. Ist ein bisschen schneller. Weil letztlich will ich natürlich eine Falldinger machen. Ist, glaube ich, ganz gechillt. Und zwar so, dass man es von dort noch sieht. Ich denke, hier auf der Höhe ist ganz okay. Da wir Leitern haben, können wir uns jetzt hier einfach in den Dead fallen lassen. Genau, in den Dead. Wieder wunderschön eingedeutscht heute. Und dann können wir uns überlegen, ob wir hier auf dieser Ebene unsere Monsterfalle bauen. Geronimo! Aua. Sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Ich muss mir das aber von da hinten angucken. Weil letztlich ist dort ja nachher unsere Villa. Und die muss gut aussehen. Jedenfalls in der Theorie. Guck mal. Sieht man da schon irgendwas über die Brücke hinweg? Vielleicht noch ein bisschen höher. Noch ein kleines bisschen. Vielleicht noch zwei Ebenen, aber dann Sense. Also höher will ich das dann nicht mehr haben. Weil dann haben wir hier nämlich mal so schon ein bisschen so Fallerei. Können wir uns vielleicht auch ein Fenster reinbauen. Eins, durch das kein Licht fällt, wenn ihr weißt, was ich meine. So eins, denke ich mal noch. Eins. Also viel mehr will ich dann auch nicht mehr. Reicht es irgendwann mal. Ja, eins geht genau auf. Also hier ist die finale Höhe. Brauchen wir aber sechs, vier Stufen. Vier Stufen, genau. Vier Holzstufen. Weil wir uns jetzt eine Tür bauen. Ja, ein Fenster. Durch das man nicht, also ein Fenster, das nicht vorhanden ist. So. Das wäre jetzt ein bisschen kompliziert geworden, wenn ich weiter gesprochen hätte. Deswegen habe ich jetzt einfach die Klappe gehalten. Ihr wisst ja, dass man Stufen so anordnen kann, wie man will. Und wenn man die richtig anordnet, dann hat man am Schluss den Effekt von dem Fenster. So, da gehen wir wahrscheinlich auf diese Höhe hier. Genau. Weil dann kann man nämlich nachher den Zombies zugucken, wie sie hier durchfallen. Das ist sicher ganz lustig. So, die müssen so. Die müssen genau andersrum. Guck, jetzt haben wir hier ein Fenster. Kann man auch durchgucken. Also von hier ist es ein bisschen tief. Aber man wird dann nachher hier sehen können, wie die Viecher durchfallen. Und es scheint auch Licht durch. Habe ich gerade den Eindruck. Ja, ja. Es scheint inzwischen auch Licht durch. Naja, das ist für unsere Zombie-Spawnerei da oben echt uninteressant. Weil hier kommt jetzt nachher der Kopf drauf. Und da muss ich mir dann auch nochmal was überlegen. Weil der wird jetzt ziemlich groß werden. Und ich will dafür eigentlich Cuddlestone verwenden. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Och, Mann, oh. Jetzt muss ich schon wieder abbauen. Das ist doch kein Zustand. Ich habe nicht mal irgendwas cooles, über das ich gerade reden könnte. Ich hatte ja gesagt, dass ich diese Sachen posten soll. Aber ich nehme den Part gerade so früh auf, dass ich... Och, Mensch. Mensch. Aha, aber was rede ich denn da jetzt? Ich habe gerade echt kein Gesprächsthema. Ich könnte euch noch so erzählen, wie die Villa aussehen soll. Aber ich habe euch schon was von italienischem Landhaus und von Dingen erzählt, wie in... Oh, danke, jetzt ist auch die Spitzhacke im Arsch. Dass es ein bisschen aussehen soll, wie in Transporter 1, dieses Haus. Ein kleines bisschen jedenfalls. Aber letztlich, also, was soll ich denn jetzt noch erzählen? Das ist wirklich gerade eine blöde Situation. Aber letztlich, sogar das funktioniert. Labertasche for life und so, Bitches. Nein, ganz im Ernst. Ich kann einfach auch darüber labern, dass ich gerade nichts zu labern habe und kriege trotzdem meine Sätze raus. Ich weiß nicht, ob das ein positives oder ein negatives Merkmal von mir ist. Eine positive Eigenschaft, Fähigkeit, ob jemand es nennen will. Wie viel haben wir denn? Ja, guck, 41. Da kann man Zeit damit füllen, darüber zu reden, wie man nicht über etwas reden kann. Like a boss. Oder like a skate. Oh, wir müssen ja auch noch eine Dinger-Monsterfalle bauen. Eine Nether-Monsterfalle. Kleines Kind vor meiner Tür. Geh weg, du bist laut. Das sieht toll aus, das Ding. Jetzt müssen wir eigentlich hier anfangen rauszubauen. So, Gott, wir werden das Cobblestone brauchen. Scheiße, ich muss ja acht in jede Richtung, damit der Wasserfluss stimmt. Das ist so viel. Gott, das braucht ja wieder stackweise Stein. Warum ist Stein hier so schwer zu produzieren, verdammt? Mensch, ich sollte eigentlich Leute von euch einladen, damit wir über irgendwelche Themen quatschen können und nebenher Cobblestone abbauen. Aber vergesst es Leute, das kann ich nicht machen, weil so viel Cobblestone brauchen wir dann auch wieder nicht. Mann, 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 Mann. Das ist ein Präziger. Oh, braucht das Cobblestone. Achtmal, oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viel Stein das braucht. Wie viel denn eigentlich? 16 mal 16, also 8 mal 8. 128, äh, zwei Stacks. Ne, zwei Stacks kann fast nicht sein. Ich muss mich irgendwo verrechnet haben. Ich baue das jetzt gerade auch nur so ein bisschen Demo-like, um zu gucken, wie das nachher aussieht. Jetzt müssen wir, das kommen wir nämlich schon wieder nicht mehr runter. Kacke. Ich glaube, hier war der Weg. Müssen wir offen lassen, genau. Wird dann nachher natürlich irgendwie zugemacht werden. Ich lasse mir da noch was Hübsches einfallen. Aber für momentan so.